raus aus dem kopf und rein in den körper für mich ist bewegung leben und leben ist bewegung herzlich willkommen zum kongress tanz dein leben nummer zwei tanz dich frei in diesem kongress als ganz konkret darum gehen wie tanz yoga und bewegung barfuß laufen dich aus dem kopf und rein in den körper bringen warum weil wir dazu neigen zu viel zu grübeln und zu wenig zu spüren ich bin außerordentlich dankbar in diesem kongress geniale experten aus den bereichen yoga tanz bewegung embodiment dabei zu haben um dich zu inspirieren und zu motivieren sich zu bewegen denn aus der bewegung heraus ist es wie ein vollkommenes im hier und jetzt sein es gibt zwei parts bei diesem kongress dieser kongress ist ein bisschen anders der so session part dass in interviews der experten wo es um tiefe und inspirierende gespräche geht rund um das thema wie bewegung einen positiven effekt auf dein leben hat und zwar dauerhaft der body part der body session part will dich unmittelbar und sofort einladen mitzutun mitzumachen mitzutanzen mit yoga zu praktizieren denn es gibt direkte work out anleitungen yoga und tanzeinheiten um die wertschätzung für die arbeit der experten wirklich hervorzuheben habe ich mich entschieden diese zwei teile zu trennen die soul sessions die schenke ich dir kostenfrei denn ich finde jeder mensch sollte inspiriert werden sich zu bewegen den zugang zu den body sessions den kannst du dir gerne durch ein ticket jegliche informationen wie der ablauf genau ist den findest du hier unter diesem video alles was es jetzt noch braucht ist es sich unten anzumelden und du bekommst vor dem kongress und während dem kongress von mir informationen und emails sei dabei und tanz dich frei ich freue mich auf dich